Der Judenhof in Kösek Als Judenhof wird der Gebäudekomplex bezeichnet, in dem all die Institutionen präsent sind, die es den Gemeinschaftsmitgliedern ermöglichen, als Juden zu leben. Wenn wir zum Tor hineinkommen, stehen wir soweit zwischen zwei Nebengebäuden. In beiden befinden sich hier zwei Zimmer. In dem auf der linken Seite befand sich ein Klassenzimmer, Cheder und davor an der Straßenseite die Wohnung des Lehrers. Hier lernten die Kinder den Talmud, die Tora, die hebräische Schrift, lesen und beten. Hinter dem Gebäude befand sich vom Hof her die Schlachtbank für das Schächten. Der Schochet schlachtete dort die koscheren Tiere, vor allem Gänse und Geflügel, unter Einhaltung der religiösen Vorschriften. Die beiden wichtigsten Regeln waren, dass das Tier nicht leiden darf bzw. vorständig ausbluten muss. In dem Gebäude auf der rechten Seite befand sich das rituelle Bad, die Mikve. Die Mikve wurde zu vier wichtigen Zwecken benutzt. Die Judinen besuchten sie zur Reinigung nach ihrer Menstruation, den Juden diente sie zur Reinigung aus spirituellem Grund, zur Einkehr für die rituelle Reinigung von den bisherigen Sünden bzw. zur Reinigung der Gegenstände für die koschere Küche. In dem Zimmer wohnten der Aufseher des rituellen Bades, des Schames, Gemeindediener und der Vorbeter. Auf diesem Weg gelangen wir zum Gebäude der Synagoge. Synagoge vom griechischen Wort Synagoge Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Das zweite Buch Mosee, Kapitel 25 Auf Hebräisch wird sie anhand verschiedener Funktionen bezeichnet. Bethatphila, Haus des Gebets Ein Bethin ist ein rabbinisches Gericht, das sich aus mindestens drei ordinierten Rabbinern zusammensetzt, die sich mit dem jüdischen Recht unter Einhaltung der religiösen Vorschriften auskennen. Über dem Eingang sehen wir die Moses-Tafeln mit dem Zehn Geboten nach jüdischer Einteilung. Erste Tafel, Pflichten des Menschen gegenüber Gott und zweite Tafel, Pflichten des Menschen gegenüber seinem Nächsten. Neben dem Eingang befindet sich rechts die den Gründer verebigende ursprüngliche Tafel. Links vor dem Eingang findet man den Aufgang zur Frauenempore, der in einer Synagoge den Frauen vorbehaltenen Bereich esrat nachschiem. Rechterhand befand sich der Eingang zur Genisa. Dabei handelt es sich um einen Raum oder Ort in einer Synagoge, in dem die religiösen Juden temporär ihre nicht mehr nutzbaren durch den religiösen Vorschriften entsprechend noch nicht zu vernichtender Schriften und Bücher aufbewahren. Dies betraf nicht nur religiöse Schriften, sondern auch Privatdokumente, Verträge und Briefe. Es gilt nämlich, dass Schriften, die auf Hebräisch geschrieben sind oder die vier Buchstaben enthalten, die sich auf den Namen Gottes beziehen, nämlich Yahweh, nicht weggeschmissen werden dürfen. In einer funktionierenden Synagoge wird ein kleines, handgeschriebenes Pergamentblatt mit einem Zitat aus der Thora, das fünfte Buchmosee, 6. In einer Holz-, Metall- oder Plastikhülle am Türpfosten befestigt, die Mesuse heisst. In einer Synagoge gehört es sich nicht, unbedeckten Hauptes hineinzugehen. Dabei spielt keine Rolle, mit was man den Kopf bedeckt. Neben Hütten findet man am häufigsten die Kippa. In der Nähe des Eingangs zum Vorraum oder der Vorhalle befindet sich das rituelle Handwaschbecken. Hier findet man auch einen oder mehrere Spendeboxen, die sogenannten Tzedakah-Boxen. Auf der Wand, die Israel, in Israel die, die Jerusalem, zugewandt ist, befindet sich normalerweise der Aaron-Hakodesh, der Thoraschrein. Dabei handelt es sich um einen Schrank oder eine Vertiefung in der Wand, in dem die Thorarollen aufbewahrt werden. Dieser wird meist mit einem Vorhang verdeckt. Auf dem Pult vor dem Thoraschrein, Bima, stand der Thoratisch, Schulchan. Vor dem Schrank brennt hoch oben das ewige Licht, Nir-Tamid. Eine Erinnerung an die ewige Flamme im Jerusalemer Tempel und die Gegenwart Gottes, die sie repräsentiert, die Shechina. Die beiden diesen Ort beleuchteten Kandelaber mit Kerzen und der Thoraschrein sind original. Die Synagoge und die örtliche jüdische Gemeinschaft. Die Synagoge in Kösek wurde in den Jahren 1858 bis 1859 im romantischen Stil erbaut und am 24. Dezember 1859 am Ende des Jahres 5620 nach dem jüdischen Kalender während der Hanukkah-Feierlichkeiten von der Gemeinde eingeweiht, im selben Jahr also wie die Synagoge in der Dohan-Strasse in Budapest. Die feierliche Einweihung erfolgte im vorigen Jahr. Die für den Bau notwendige Summe wurde vom reichsten Bürger der Stadt, dem Grosshändler Philipp Schey, beigesteuert. Die besondere und einzigartige Ausgestaltung des Gebäudes unterscheidet sich von der Mehrheit der Synagogen. Der Gebäudekomplex befindet sich auf einem eingezäunten Grundstück. Vom Eingang aus gelangt man auf einem kurzen Weg zum Ende des Grundstücks, zu dem gegenüber dem Eingang befindlichen sehr kleiner, über einen kreisförmigen Grundriss und zwei Türme verfügenden Gebetshaus. In der Kuppel mit dem Zelldach vermischen sich klassizistische und orientalische Stilelemente. Am Ort der Synagoge standen auch in den vorherigen Jahrhunderten Gebäude. Anhand der Nachforschungen im Archiv können die Eigentümer ab der Mitte des 17. Jahrhunderts nachverfolgt werden. In der Mitte des 17. Jahrhunderts war der erste bekannte Hausbesitzer ein gewisser Thomas Bauker, ein Töpfmeister und Ofenbauer, doch ab 1663 geht der Besitz des Grundstücks und des Gebäudes auf einen hugenottenstimmigen Drucker Andras Vechelius und seine Frau Urscheuer über. Vechelius kam auf den Ruf der evangelischen Gemeinde in die Stadt, wo er 17 Jahre lang als Drucker arbeitete. Den damaligen Traditionen zufolge wurde sein Handwerk nach seinem Tod von seiner Witwe weitergeführt. Später befand sich das Grundstück und das darauf befindliche Gebäude im Besitz eines Hutmachermeisters, eines Staatsrats, also eines Senators und im 18. Jahrhundert Jahrzehntelang eines Lehrers, der katholische Kinder unterrichtete. Die Vorfahren der Familie Schai lebten seit Jahrhunderten in Westungan und ihre aus Mieren eingewanderten Ahnen hatten sich in Lackenbach auf dem Gut Esterhasi niedergelassen. Der Händler Israel Schai und sein Sohn Moses zogen nach dem Toleranzpatent vom Josef II. in den Jahren 1785 und 1786 nach Kösek. Vater und Sohn erwarben einige Jahre später am 20. April 1792 das Grundstück und das Haus. Der Bauch der Synagogie steht im Zusammenhang mit zahlreichen Ereignissen sowohl auf regionaler Ebenen. Die Zahl des Judentums und die Fähigkeit ihre Interessen durchzusetzen stiegen im 19. Jahrhundert und die jahrhundertelang entrechtete Gruppe hat nun die Möglichkeit sich niederzulassen und Eigentum zu erwerben. In Kösek wurden bei der Volkszählung von 1828 92 und im Jahr 1848 bereits 157 Einwohner und Einwohnerinnen jüdischer Herkunft registriert. Bei der ersten dualistischen Volkszählung von 1869 zählte die israelitische Gemeinde 177 Mitglieder. Philipp Schey hatte keine Kinder und seine Frau war nach einer schweren Krankheit im Jahr 1858 beinahe vorständig gelebt. Vielleicht beeinflusste dieser Umstand aus seinem Privatleben ihn, zu der Einscheidung der Gemeinschaft etwas zu spenden. Am 15. Januar 1858 erklärte die örtliche israelitische Gemeinschaft in einem schriftlichen Antrag ihren Wunsch, eine Synagoge und eine Schule zu errichten. Der Stadtrat unterstützte den Bau mit 40.000 Ziegeln. Trotz Nachforschungen in Kösek, Budapest und Wien konnte die Identität des Erbäuers nicht ermittelt werden, aber wir wissen, dass der Künstler, der mit der Dekoration in Innenräume beauftragt wurde und auch an der Synagoge in Rechnitz gearbeitet hatte, Haim Bar Lieb Rosenfeld hieß. Das Besondere der Kösek der Synagoge ist, dass Schei den Bau des Gebäudes und dessen Inneneinrichtung mit 20.000 vorhin förderte. 1860 konnten in dem als Kapelle bezeichneten Innenraum 100 Männer und 100 Frauen Platz nehmen. Philipp Schei war orthodox und die Synagoge wurde zunächst nach orthodoxen Traditionen eingerichtet, aber diente später als neologische Synagoge. Schei vermachte das Gebäude in seinem Testament der jüdischen Glauben Gemeinschaft von Kösek 1944 während des Holocaust wurde das Judentum aus Kösek deportiert und die Synagoge blieb verlassen zurück. Nach dem Krieg kalt die Synagoge als verlassenes Gebäude und ihr Eigentümer als an einem unbekannten Ort unauffindbar. 1952 wurde das Gebäude verstaatlicht. 1962 wurde der Gebäudekomplex von den staatkulturellen Zwecken zugeführt. Die Synagoge sollte in eine Bibliothek ungewandelt werden, doch schlussendlich geschah dies doch nicht. Für die Nutzung der vernachlässigten Gebäude wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Entwürfe angefertigt und schliesslich wurden sie auf Initiative des Instituts für höhere Studien in Kösek im Jahr 2021 mit Mitteln des ungarischen Staates renoviert. Untertitel Untertitel Untertitel